Emo Scheiß Emo Scheiß Neger Ne, Neger sind viel besser als Emos, guck mal Könnte ich mir die schwarzen Antrauen Autsch Alter hör mal auf jetzt Ich vergottet dich mit meinem Nietenband ey Ja lass das mal jetzt hier Bin jetzt aber gar nicht gut von dir Ja genau lass das mal jetzt hier und da schlägt er mich tot Okay lass das jetzt, ich hör auf, ich hör auf Okay, ähm ja mit der Diskussion Äh, Neger oder Emo, äh Fangen wir mal an, also hier ist der Eingang von dem Dings, hier waren wir ja eben schon Ey, kannst du mal die Tür auflösen? Alter Ja, sorry, klar Äh, hier ist ein geiles Bild und dann geht's jetzt hier zum Müll Das ist wie in der Arena so ein Tja Lava, Melama Lava, Melama, genau, da schon weiß ich jetzt mal Ups, äh, Entschuldigung, einen Moment, da hab ich jetzt Wieso steh ich jetzt schon wieder vor der Haustür, äh, vor der Tür, wieso, äh, die Verbindung schon wieder scheiße, merke ich gerade Ähm, okay, dann ist Hä? Ich disconnecte kurz Äh Entschuldigung Leute, aber das ist irgendwie gerade mal ein bisschen die Verbindung scheiße Okay, da ist hier ein Creeper-Welt und hier gibt's zu, bist du das Zimmer, das bin ich? Yay Äh, ja, ist schön hier, so eine Crafting-Box, Öfen Ich klau dein Bett Nix, hör auf Okay Asylant, ey Äh, no Asylant-Nazi Okay, dann gehen wir mal in den Ich bin schon wieder hier drin, wieso werde ich hier dann dauernd in die Räume, wo ich eben drin war, teleportiert Mann Okay, gehen wir in den Keller In Polen Ja, gehst du wohl zuerst in den Keller Ich werd's besuchlich wieder zurückgehauen, wahrscheinlich So, dann ist hier So, Dingens hier Hier die Zuckerrohr-Plantage Ja genau, klau die doch alle Entschuldigung, okay Ich glaub, ich geh dann mal lieber weg, sonst bringt er mich noch um Ich muss kurz deine Kerze in der Kerze setzen Okay, und hier, ähm, ist die künstliche Baum, äh, Gedings-Plantage Oder so Ähm Die aber noch nicht funktioniert Und bei mir bist du immer noch in dem Raum oben drüber, also irgendwie, äh, ist es hier total Verschoben Warte kurz Bin ich jetzt neben dir? Nein, gehen wir nochmal weiter vom Server runter, kurz, also beide nochmal disconnect Okay Multiplayer, connect Ah, schweiß was Okay, jetzt bist du da Okay, ich würd sagen, wir gehen jetzt mal hoch So, dann ist keine Leiter Schau, hörst du auf, komm, du musst hoch springen Ja, ich weiß So, ähm So, okay Komm Ja, gehst du mal aus dem Weg Entschuldigung, weil doch Ähm, also hier sind die Nummer, also eins Der erste Raum hier, die erste Stock ist für Ist vom Spieleprinz Dann ist J-Ting oder sowas Äh, dritte Raum ist von Spendam Und vierte von Jera Naika und seine Freundin Sexy Und der erste ist aus Stein, also der von Spieleprinz ist aus Stein, dann Glas, Eisen, dann Holz und dann Diamant Ja Okay, komm, geh vor, der ist first Komm Okay Ja, ich spiel schon den ersten Raum Okay Ja, also die Räume sind eigentlich fast das gleiche aus, alle immer Ja, hier haben wir noch das M, er heißt ja Mike Okay Der Spieleprinz hier Das, da wirklich der einzige Raum, der sich von den anderen, von allen anderen wirklich am meisten unterscheidet, ist der Raum Warum? Weil sie gedacht hat, sie müsste einfach mal ein bisschen eigenkreativ sein Achso, du meinst jetzt den Raum hier, weil ich war noch unten drunter in den Raum Und hier oben sind die Pornos, da gehen wir da mal rein Hm Pornos So So ein Pornosessel Also ich bin da mal beschäftigt Mit meinem Stab hier Ja, 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 okay, ich glaub, äh, das reicht Ja, ja Hier kann man noch so schön so einen Knopf drücken Ja, jetzt gerade ein bisschen, ey Okay, ich glaub, ich geh da mal schon mal hoch in den Raum Vom Spendem Spendem Der Thorsten Thorsten Und ja, das ist hier einfach so Ne? Okay, dann gehen wir jetzt mal in den wirklich total genialen Raum hier Hier ist der Raum von, ähm, Megayanaika und seiner Freundin Skirpse und ein Donkey Kong Bild Und dann schön mit Ivendor, abgesicherte meine fünf Freundies Fünfen schon? Wird's mich verarschen? Weil es ist gestern noch drei? Komm rein Eins, zwei, drei, vier, fünf Ey, komm, lass nachher mal Hunde suchen, bis du zehn Stück hast Okay Voll das ein Massendinger So Okay, gehen wir noch ein Stück hoch Stimmt Er ist first So, ähm Emo Fornega Alter, wieso komm ich jetzt hier nicht? Ach so, wegen dem Wasser, okay Ja, hier ist das Schwimmbad Ich weiß nicht, ob du die, ähm, Stadt und siehst Ich seh alle bis auf den Metal Man Du siehst du auch Pikachu von hier? Ja, ich seh Pikachu von hier Ja, ich seh gar keinen von hier Jetzt, weil ich, äh, ja, Tiny, äh, sich drin hab Weil sonst würde das alles legen, wie so Und jetzt Rutschen wir die Wasserrutsche runter Ah, fail! Wow, grads überlebt Ich hab voll auf dich gelandet Oh, scheiße, man Den fail Wenn man ein Brötchen nehmen, voraus Ja, hier ist noch ein schönes sexy Bild Hier geht's zum Coim Dog Dann haben wir alles gezeigt, glaube ich, oder? Ja Stimmt, das war schon alles Weil sie auch so einständig war Komm mal mit Oh, das solltet jetzt aber schon ewig Das weißt du auch Nee, nee, nicht so lang Sie muss nur, bis zu einem Stock Ah, okay Oh, weil sie so cool eigenständig war Hat sie hier eine Züge gebaut Boah, wie cool eigenständig Komm, lass mal, lass mal ihr Zimmer fluten Oh, doch nicht Ja, okay Ja, okay Ja, das war's Ja Was kommt Was kommt meine Freundin jetzt rein, ey? Okay, naja, jedenfalls Wir sind ja eh da Also fertig Wieso sag ich da? Egal Ähm Dann sag ich nochmal Danke an 500 Abonnenten Ihr seid Echt total geil und so So wie der mega jahre Neiker hier Dem ich jetzt mit einem Brot eine überziehe Und Ähm Hallo Okay Sorry Ich würde sagen, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle Ähm Ich hoffe, es hat euch gefallen Oh, geil Ja Der Gumba klotzt hier direkt rein Ah ja, ich weiß nicht, ob ihr es von hierher kennen könnt, aber der Gumba hat steife Nippel da So Voll der Stalker hier Ähm Ich würde sagen, dann verabschieden wir uns Und ich geh jetzt mal mehr nach Bis zu den 600 Abonnenten ist es ja nicht mehr so lang, äh, 270 Stück oder so vielen, aber trotzdem sehr egal Ich hab gesehen, noch 40, fast 40 42 oder so 42 fehlen noch fast zu sich verarschen, sind es sind, äh, vieler, egal Ähm, bis hoch, ich möchte noch mit dir schlafen, also so zum Abschied Mh, okay, zum Abschied und dann Und dann sind wir weg Dann sind wir raus, dann, was das Gute Nacht Ähm, was machst du da? Hahaha Okay, Leute Dann sage ich ciao Tschö, tschö Ich dachte, ich hätte alle auf meiner Seite Doch dann rücken die Leute ganz schnell das Weite Da meine Liebse wendet sich von mir ab Nur weil ich meine Hose zerrissen hat Als der große Larry kam mit seiner Muskelpracht Da hat Spongebob sich zum Dab gemacht Sogar Sandy fällt in 50 Euro part Weil er seine Hose zerrissen hat Ich weiß es mit keinem kleinen Kein-O-Yemi-Mail Warumst du so schreib ich will? Denn allein zu sein ist noch weniger amüsam Als ein Sonnenbarn oder Wollchenversatz Das war mir eine Leere und es war kein Spaß Dann hörst du mir, du wendet dir was Bleib'n selber Träume, ich hab'n stets auf Draht Nicht wie ich, der sich die Hose aufgerissen hat Danke, danke Sie übeln uns alle zu Okay, Leute, das war das 500-Abo-Special Ciao Abonniert alle Mr. Green Iron und Rain Drops IP Und dann hörst du mir, du wendet dir das 500-Abo-Special